ja hallo und herzlich willkommen heute der t26 e 5 im fokus vom krachfresh vielen lieben dank für das replay und heute auch mal wieder eine low tier runde denn er ist mit seinem achter in ein 10 9 8 der gefecht gerutscht ist es nicht so unbedingt das optimalste aber vielleicht schaffen die drei das hier zusammen der tvp der panther 2 und hier eher da ordentlich was raus zu reißen denn im zug kann man natürlich das ein oder andere mal sich da noch sehr gut unterstützen sofern man auch im zug zusammen spielt weil das ist nicht immer der fall wie auch hier wieder zu sehen denn er fahrt mit den heavies und sein team fährt hier auf die andere seite aber man muss dazu sorgen mit einem tvp oder mit einem panther wäre es jetzt hier auch hier nicht die unbedingt die schönste stelle wenn man da die 10er sieht und alles was da so entgegenkommt er macht es jetzt hier natürlich sehr smart er spielt ja mit seinem turm der wirklich sehr ordentlich bei dem patzer ist klar da kann man jetzt nicht so die ganz hundertprozentigen schüsse selber platzieren aber in dem fall als laut hier sollte man auch einfach immer mal sein köpfchen da einschalten und ihr seht hier unten der schaden gerade auf den is 3 mit 212 war jetzt nicht wahnsinnig hoch war natürlich auch ein dicker low roll aber man sollte sich dann nie aus dem konzept bringen lassen und nie zu viel wollen der schaden selber sind ja 240 von der kanone also da geht natürlich auch er hat ja auch schon hits bewiesen mit 268 auf den sth 2 dass da noch mehr drin ist so langsam aber sicher glaube ich kann da weiter nach vorne fahren denn sein team ist hier geradezu auf dem weg da die oberhand einzunehmen also er macht es wirklich sehr schön nicht zu aggressiv das finde ich wirklich sehr 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 gut denn als low tier ist man ja normalerweise immer ganz gern so ja ich fahre rein mache ein bisschen damage wie raus keine ahnung nächste runde aber er lässt es hier er lässt sich gar nicht aus seinem aus seinem konzept bringen dass er was er sich da gemacht hat dass er sich hier hinten stellt und da einfach den damage versuch zu fahren manchmal klappt es manchmal nicht aber hier sehr schöne hit 279 ein dicker treffer auf den fv so und jetzt hier auch den fv wie er den tag trackt dass er den vk natürlich dass er den vk so spekt dass er gar nicht erst weiter pushen kann also spielt es wirklich sehr viel mit köpfchen sehr gut also sehr begeistert wäre das gemacht hat auch nicht umsonst schon 2000 unterstützung schaden so und jetzt kommen sie da auch mit premium munition dann langsam nervt er sich scheinbar doch gehörig so der vk er will jetzt auf den amx natürlich schießen das ist seine chance dann ist wiederum auszunutzen und auch wenn er hier sie wirklich gut gepanzerten 8 9 10 80 gegenüber sieht er schießt trotzdem weiterhin nicht mit premium auch das muss man ganz klar hervorheben denn er probiert sie einfach mit seinem 230 durchschlag und nicht mit den 259 die die premium granaten mit sich bringen würden und jetzt ist die seite wirklich final geklärt da haben sie super gemacht ja und jetzt geht es natürlich zum cap rüber denn gelaufen ist das gefecht noch gar nicht 10 zu 9 es gibt er gibt es immer noch sehr sehr knapp also so 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 Auch hier fährt er jetzt nicht direkt drauf Lässt sich da jetzt nicht aus dem Konzept bringen Sondern er spielt erstmal mit Bedacht Der Gegner ist zwar ein Käppen Aber trotzdem einfach erstmal smart spielen Also ich bin ja sehr überzeugt von dem wie er das hier macht Also nicht einfach so Kopf aus Und rauf auf die Olle Sondern, ne, wirklich Mit Köpfchen So, 15 Sekunden jetzt bis dicap Das heißt jetzt müssen sie natürlich drauf Aber sie haben da noch ein paar schnelle Panzer Also da immer noch keinen Druck Ja, vielleicht langsam Druck Ja, sehr gut Der WZ konnte da dicappen Und jetzt können sie es da hier ausspielen So, erstmal den Emil rausgenommen Der WZ nervt jetzt gehörig da im Cap Klingt also jeden darum Sich zu drehen und zu wenden So, und jetzt Jetzt wird es eine einfache Nummer Jetzt noch den T28 da rausnehmen Und das Ding entspannt nach Hause bringen Und steht da sich noch hinter ihm Das könnte ihn vielleicht auch noch ketten Aber eigentlich ist es total wurscht Er geht auch fürs Laufrad Sieht man Ah, nicht ganz erwischt Aber der lässt sich da jetzt nicht mehr nehmen So, jetzt hat er ihn gekettet Jetzt steht er Ja, und jetzt hat er keine Chance mehr Das weiß der T28 auch Deswegen gab es hier noch den Schuss in den Boden Und fertig war es 6.068 Damage gemacht Und 145.000 Credits Hat er sich hier erarbeitet Also wirklich Eine geile Runde Hat er super gemacht Und nicht umsonst glaube ich Hier auf dem Kanal Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Euer Alcaramba Ich hoffe es hat euch gefallen